Simon Chioma ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler auf der Position eines Mittelfeldspielers. Karriere Chiomas Karriere begann beim FC Schüttoff 0-9. Über den FC Twente & Schütte führte sein Weg 2003 erstmals zum FC Schalke 04. Ende Januar 2004 wurde er wiederum an Twente & Schütte ausgeliehen. Im Sommer 2005 kehrte er nach Auslaufen des Leihvertrages zu Schalke zurück. Ab dem 3. Januar 2006 spielte Chioma kurzzeitig auf Leihbasis bei Roda J.C. Kerkrade am 17. Mai 2006 wechselte er schließlich zum niederländischen Wiesemeister AZ Alkmaar. Nach der Mitteilung von Trainer Luis van Gaal, Chioma habe nur geringe Chancen auf einen Stammplatz bei Alkmaar, wechselte er im Jahr 2008 auf Leihbasis für ein Jahr zum FC Utrecht. Seit Sommer 2009 spielt Simon Chioma für den FC Red Bull Salzburg, mit dem er 2010 und 2012 die österreichische Meisterschaft gewann. Nach einem etwas schwächeren Saisonbeginn kam er immer besser in Form und wurde gegen Ende der Meisterschaft zum Stammspieler im offensiven Mittelfeld. Was er mit wichtigen Toren, so Z. B., das 1 zu 0 bei Sturm Graz im entscheidenden Spiel um die Meisterschaft dankte. Insgesamt erzielte er in dieser Meistersaison 6 Dreifahr. Am 13. Mai 2012 gab Oliver Glasner, Sportkoordinator bei FC Red Bull Salzburg im OF-Interview bekannt, dass der Vertrag mit Simon Chioma nicht mehr verlängert werde. Am 31. Juli 2012 unterschrieb Chioma einen Vertrag beim niederländischen Verein Vitesse Arnhem, mit dem er den vierten Platz belegte und sich für die Europa League qualifizierte. Zur Saison 2013-14. wechselte er zum Liga-Konkurrenten Heracles Almelo. Chioma spielte zwölfmal für die U20-Nationalmannschaft und erzielte ein Tor. Erfolge Österreichischer Meister 2010 und 2012 mit dem FC Red Bull Salzburg Österreichischer Cupsieger 2012 Nachweise Simon Chioma vor die Rest von Hetzei Zöhn Heraklit-Vereins-Homepage von Heracles Almelo vom 2. September 2013 13. 13. 23. 24. 23. 24.